Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Sofort und gleich. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So und heute springen wir mal wieder in den Daily Shop rein. Was haben wir heute? Wir haben einmal den Powercord Skin. Heute im Shop. Und einen neuen Emote. Ich gebe dem Powercord 6 von 10. 6 von 10? Ich gebe dem 7 von 10. Dann unsere Punkfreiheitsstatue. Zoom mal wenigstens an die RAM. Oh. Kennt jeder. Oh. Kennt jeder. Für 2.000 V-Bucks. 3,93 von 5 bei 165 Votes. User Reminders. 286. 2.000 V-Bucks. Dann haben wir die An-Ski-Hacke. Die An-Ski-Hacke. Für 800 V-Bucks. Das Teil. Was gibt's denn der? Ähm. 7 von 10. Da unten eine Totenschädel. Den finde ich eigentlich ganz cool. Dreh den mal ganz kurz zur Seite. Da kann man den auch schön sehen. So. Ich finde die Anarchie-Hacke. Ja. Ein bisschen wieder zu viel Bling-Bling. Ein bisschen zu viel Pink. Aber Totenschädel dran. Kriegt von mir 6 von 10. Ein bisschen zu viel Pink. 6 von 10. Ja. Da unten eine Totenschädel ist wenigstens gut. 3,215 bei 29 Votes. So. Stage Dive. Stage Dive. Ja. Für einen normalen Standardgleiter finde ich. Sieht er gar nicht so schlecht aus. Kriegt von mir 5 von 10. Standardgleiter ist der... Ah ja. 6 von 10. So. Für 800 V-Bucks der Stage Dive. 2,615 bei 18 Votes. Ja. So. Dann kommen wir zum Schlappohr. Für 15 V-Bucks. So mal da ran. An den Schlappohr. Guck mal da. Da oben ist noch das Preisschild dran. Am Schlappohr. So. Ähm. Ja. Ich finde Flappi nicht so toll. Flappi kriegt von mir 4 von 10. 4 von 10? Ja. Ich finde Flappi nicht toll. Und mir kriegt 3 von 10. Flapchecki. 3,41 von 5 bei 56 Votes. Am 9. November ist das erste Mal drin gewesen. So. Dann haben wir da den Knurrer. Oder den Brawler. Und äh. Wir suchen nochmal an den ran. Das erinnert mich immer so ein bisschen ans Alien irgendwie. Äh. Ich finde den Knurrer nicht wirklich schön. Und er kriegt auch von mir nur 4 von 10. Und mir kriegt er 6 von 10. Oh. Okay. 3,195 bei 31 Votes. So. Oh. Ich habe noch was. Ja. Da gibt es noch das Flauschsegel. Für 800 V-Bucks. Im Stilvorschau sind 2 verschiedene japanische Zeichen. Sonst nix. Ich finde das Ding nicht so toll. Das Flauschsegel. Und deswegen kriegt es von mir auch nur 5 von 10. 5 von 10? Ja. 7 von 10. 3,655 bei 17 Votes. Heute vergebe ich nur bessere Voten, oder? Ja. Scheinbar. Presslufthacker. Kann ich gar nichts mit anfangen mit dem Ding. Mit dem Teil. Äh. Er kriegt von mir 4 von 10. 4 von 10? Ich finde dieses Pack scheiße. Ehrlich. Von mir kriegt es 6 von 10. Was ist denn mit dir los heute? 3,655 bei 16 Votes. Dann kommen wir zum Sebus. Ja. Die finde ich cool. Die finde ich geil. Die finde ich super. Auch da mal ranzoomen, bitte. Mega cool. Kriegt von mir 9 von 10. 5 von 10. What? Ja. Ich finde sie nicht so geil. What? Nein. Ich finde die Piraten cool. 3 von... 4,255 bei 5 Votes. Ich finde die Piraten cool. Dann haben wir die Seeräuberin oder Buccaneer. Hallo. Und auch da finde ich gibt es 8 von 10. Immerhin. 5 von 10. What? 4 von 5 bei 7 Votes. Okay. So, das Ankersteuer finde ich auch ganz cool, muss ich sagen. Und Ankersteuer kriegt von mir 7 von 10. Hau mal da drauf. Da. Hau mal da drauf. Ja. Da. 4 von 10. Was? Ich mag das Pack nicht. 3 von... 3,255 bei 5 Votes. Okay. So, dann sind wir damit durch. Dann geht es weiter mit dem Waffenexperten. Und den Emote machen wir dann zum Schluss. So, Waffenexperte. Gott. 2 von 10. Ja. 3 von 10. 4,5... Ja, da geht es halt ganz stark auseinander. Das ist halt der Schwitzer-Skin schlechthin. Am 7. November 2017 das erste Mal drin gewesen. Alter, Vater. Weil da ist... Vor allem Leute, da ist das so selten. Guckt mal. Ja, ich weiß. Guckt mal. Der ist so selten, ey. Der ist schon 33 Mal drin. 33 Mal schon drin gewesen, ja. Gott, alle Sturz-Skin-Den diese haben. Dann kommen wir zur Sonnenblume. Und ich finde, da haben sie sich den hässlichsten No-Skin für ausgesucht. Den sie da reingesetzt haben. Gibt es den No-Skin überhaupt noch? Nee, oder? Natürlich. Nein, nicht mal als normalen No-Skin. Das mag sein, aber zum Beispiel diese komische Ritterin da ist zum Beispiel die da. Wer? Da gibt es diese eine Ritterin. Ich weiß nicht genau, wie die heißt. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, mit dem Schilder hinten. Ja, genau richtig. Das ist die zum Beispiel hier auch. Und ich finde, ich finde, das sieht nicht gut aus. So, die Sonnenblume kriegt von mir 4 von 10. 3 von 10. Alter, 4,25 von 5. Da kann man schon erkennen. 12 Votes, 6. März 2019 das erste Mal drin gewesen. Alter, Vater. What the fuck. Goldgräber. Gold, Digga. So, Goldgräber. Okay, 7 von 10. 5 von 10. Finde ich zum Beispiel wieder nicht so toll. 3,77 von 5 bei 13 Worts. Krass, wie unsere Noten heute auseinander gehen. Dann den, das finde ich so geil, Timber Major. Standard-Skillatter auch ein cooles Ding dazu gemacht. Wir haben auch so ein ewig langes Video für die Leute, die gerne diesen Timber Major mit vielen, vielen Skins sehen wollen. Können da verlinke ich. Guckt mal oben rechts in die Ecke, habt ihr dann den Link dazu. So, ich finde das Ding mega cool und kriegt von mir jetzt 10 von 10 inzwischen. So, dann haben wir den Sonnenspross. Was? Also, ja, für 500 W-Bucks den Timber Major. Timber Major. Guck mal, der kostet weniger als dieser Goldgräber und ich finde den viel cooler. Muss ich echt sagen. Der Goldgräber 800 W-Bucks. Für diese Picke da. Ach ja. Ach ja. Okay. Na gut. 3,9 von 5. Ja. Dann kommen wir zum, oh. Und was? Der Sonnenspross. Der Sonnenspross. Der Sonnenspross. Ich, nein, ich liebe mein, du bist der Lebkuchenmann und ich liebe es den Lebkuchenmann bei mir hinten im Pack zu haben. 10 von 10. Weil du es bist 9 von 10. Okay, dann komme ich dir. Nein! Ich will das Ding nicht haben. Das sind 2 deiner Lebkuchenmann, die du versteckst. Will ich nicht haben. Ich will es nicht auf meinem Rücken haben. Ohne Scheiß. Hä? Was hat das denn hier? Sonnenspross. Kann ich übernommen. Ah ja. 3,5455 bei 30 Worts. Sonnenspross. So, jetzt kommen wir zu dem neuen Emote. Schrittwechsel. 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 Ist das schon alles? Ja. Na ja gut, 500 W-Bucks dafür. aber da muss ich sagen, da ist der Timber Major aber deutlich aufwendiger als diese 7 von 10. Ich meine, der Schrittwechsel ist cool, muss ich sagen, aber da habe ich jetzt ein bisschen mehr von erwartet. Das ist ein bisschen lau, muss ich sagen. Also normalerweise, da gebe ich auch 7 von 10. Okay, ich auch. 5 von 5, bei 2 Votes? Bei 2 Votes, ja, okay. Wie meine ich das? Okay, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich sagen, lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet es nächstes Mal aus, das Lava packet das weg. Bis dahin, haut rein und ciao!